Herzlich Willkommen zu Life is Strange Before the Storm, mit seinem Köpfegeister durch meine Wenigkeits. So! So, und wir gucken erstmal die Anleitung an. Es ist nicht so, dass ich ein Manual brauche. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es hier ist. Äh, Verteilerkappe, Kontakt... Anzaukleidung, Drusselgehäuse, Druckkleidung... Zahnriebing. Ich hab jetzt das Ding... Überprüfen. Überprüfen. Also ich muss wahrscheinlich erstmal das überprüfen und danach muss ich mein Werkzeug quasi richten. Diese Verbindung ist ziemlich schade. Ich könnte das Batterie-Poste fixieren, wenn ich eine gut genug Grip auf dem. Nicht schlecht. So, gucken wir weiter, überprüfen. That should help keep shit...distributed. Well, fuck. Okay, blablabla. Wegen Luftqualität der KTB, Fuchsbehörde, KTB, Gewände, blablabla. Vor allem, sind halt noch immer aktiv, mittlerweile bis schwerer Rauch erwartet, wenn sie über freie Luftaketäten, aber das glaub ich. Geh zurück von, als du gekommen bist. Das Ding scheint ziemlich gunket. Ich denke, ich sollte weiter an etwas anderes gehen. Ich denke, dass sie komplett ignoriert wurden. WCF. Es sieht aus, dass jemand das Ding versucht hat. Einmal bevor ich geboren wurde. Ich denke, dass das alte Ducktape besser ist als alles, was ich tun kann. Better leave it be. Es ist ziemlich dürüst. Wie kann ich es kniften? Nichts geht. Wahrscheinlich dann damit, ne? Ah, der Riemen. Puh, viel besser. Puh, viel besser. This thing is going to fuck up. Maybe. Sick. Alles klar. Komplett auf ganz entspannt. Sparkplugs busted. Carbon deposits. Of course. Marks. Hm. Bitte, ich brauche dich. Ja. Diggie. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit, your hair, it's so... Badass. I was gonna say hot, but yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you wanna be cool? I just wanna talk to Frank. As long as you don't get in the way, we'll be fine. I told you, she's like this. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How would you like to work full time for us? Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. Is that true? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy. But that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay. Then let's talk. I wanna know right now. Why you give a shit about this woman? Why does Frank give a shit about it? Why does Frank give a shit about it? Why? Why does Frank give a shit about it? Why? There is nothing at all. There is money at first. You see So… Gid each in a 피ule. Will we see another Tea party What's this? She's a friend. An old family friend. Haha ha ha ha... This chick doesn't have any family. Or any friends... Sie hält jetzt raus, dass sie ihre Mutter ist. Hau it up! Wait a minute! Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon, your dad's a real piece of shit, you know? So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on man, they're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon. Calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Ugh! Ah, you fucking bitch! Huh? Agh! Ah, you fucking bitch. Rachel! Amen! Was ist das? Chloe! Geh! Jetzt! Hold on! Shit! Shit! Hey! Hold on, okay? Rachel? No, 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 no Warum zum Fick bringt der Typ den mit? Versteh ich nicht? Wie kann man denn so dumm sein? Es war doch logisch, dass es eskalieren muss. Die eskalieren zu goren. Die eskalieren zu goren. Mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es war nicht nur das, sie war bereits wunderschön, dass Damon mich umdrehen konnte. Sie hätte ihr Seiten können. Sie hat mich auch beschützt. Ich habe sie verloren, wie ich sie verloren habe. Was passiert dann? Damon hatte ein Knife, wenn wir alle sehen können. Aber dann hat sie gesagt, etwas zu sagen, das war Rachel. Und sie hat ein Stück von Wooden und dann hat sie ihn. Und dann hat sie sie. Ich denke, dass ich vielleicht etwas hätte. Aber wenn er sie hat, ich einfach schlossen. Es ist nicht deine Schuld. Und dann hat sie ihn weggebracht. Und dann hat sie ihn weggebracht. Ich hörte ein Scream. Aber ich weiß nicht was passiert. Und dann... wir waren hier. Ich wünsche dir die Wahrheit. Ich wünsche dir die Wahrheit. Was ist mit Sarah? Was ist mit Damon? Was ist mit Sarah? Was ist mit Damon? Was ist mit Damon? Ich veranke mich. Ich werde dich wissen, was sie macht. Okay. Danke. Krass, sie hat keinen Anschluss auf den Rübers gekriegt. Wo ist eine Standpauke? Ich bin wirklich glücklich. Ja. Na, unsere Rübe ist einfach in der Halle. Du solltest kommen. Okay. Sure. Definitiv. Ich glaube, ich kann nicht mehr sitzen sitzen. Ich könnte gerne meine Leger abschalten, während ich warte, um Rachel zu wundern. Oh, verdammt. Ich bin echt überrascht, dass er so cool in Klassen geblieben ist. Nein, ich würde nicht gehen. Nein, ich würde nicht gehen. Ja. 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 Ich will nur Rachel, um sich zu erinnern, und dann fühle ich besser. Ich will Frank viel Zeit. Ich kann nicht glauben, dass er das für uns getan hat. Ich hoffe, dass er okay ist. Ich kann nicht so tun, dass ich etwas über das tun kann. Und was über Damon? Ist er, dass er nach uns kommt? Ich fühle mich besser, dass James Amber auf sein ist. Das ist...weird. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Damn, are these all firefighters? Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Und dann...jackpot. Eieieieiei... Das ist einiges zu tun. Ja. Ob man das nicht runterfallen lassen kann? Hm...I want like...twenty more of those. Ja, mal gucken. I guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Ey, du kannst mir jetzt mal den Müll zum... zum Müllwürmer bringen, verdammte Scheiße. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Es ist komplett...es ist auch komplett scheißegal, wie viel man getrockst hat, wenn man gibt irgendwas. Die Geste zählt. Nicht die Menge. Ja. Und dann, Gordy. Nicht die Menge. All right, dann. Danke. Hi. Mister North? Das ist mir. Und du bist? Ich bin Chloe. Hier zu sehen, Mikey? Patient Mom. Es war toll, dich zu treffen. Insofern. Oh, Entschuldigung. Ein Zauberer Teddybär. Ein Zauberer. Ein Zauberer. Ich weiß, dass du von Sailor Mercury weg kannst. Danke. Any news about Rachel? Die Mutter war sehr hoffentlich. Wie kann sie verletzen? Du denkst, dass ich warte, wenn ich dir sage. Aber ich bin nicht. Warum? Was ist passiert? Rachel wurde... ...stabbed in den Arm. Ja. Damon fucking Merrick. Ja, das ist nicht lustig. Scheiße. Du bist ernsthaft? F*** diesen Mann. Es war nicht wegen mir. War es? Oh, nein. Wir haben uns eigene Problemen mit ihm. Das ist verrückt. Das ganze Ding macht mich einfach... Ich versuche. Wenn ich diesen Sch***er treffen soll, ...wegen anderen Problemen. Was sollst du, wenn du Damon Merrick mitst? Was schreckliches. Aha. Ich bin. Ich bin. Wie... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay! Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Enough! Anyway, we're glad Rachel's okay. Uh, you should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Mikey's nurses must love this. What are we going to do now? We're going to go to the bathroom. Oh, he's got a room. What a small room. Mm-hmm. Cyborg-Operation. Wurde Uran ausgesetzt. Drachenbiss. Heidrang. Sechs Zauberbohnen. Ah, man. Zauberbohnen. Did I miss that little part, they said. Kuss an der schönen Frau. Band in the arts. Dr. Bill Addison. Nicht schlecht. Oh, those must be from Steph's parents. Äh, Kapitel lesen. Oh, money. I hope he wins. Nene, 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 nene. Nicht verlassen. Mm-hmm. Ehh, vergiss. Ich könnte eine Verlängerung... Look at that. ...und eines meditischen Vorfreize für Heilig. Well, it's being nice for a change. ...eintrig in... Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Ich denke dein Superheld Design ist der perfekte Sprecher für die erhaltenden Märchen. Ah, nice. Ich möchte mit diesem Ball für ihre Verletzungen ausdrücken. Achso, der Direktor ist klar. Ich habe noch eine Gesundheitskarte. Ich kann... doch. Ich meine, ich habe nur mit ihnen gespielt. Es war epic. Es war... ein bisschen epic. Ja. Ja. Ich liebe mich zu sein, dass ich so ein Spielmacher darüber bin. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Chloe's Charakter die letzte Mal. Oh. Ja. Ja. Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Uh... Ja. Ich habe total das Ding. Holy shit! So you can actually swoop in and save my ass? What do you say? You gotta save Elamon. Right? Okay. We rejoin Elamon, as he majestically soars over the travelers path. He glances over his shoulder, only to discover his pursuers are right behind him. Ach du Scheiße. Auf eine neue Runde, würde ich sagen. Auf eine neue fucking Runde. Auf eine neue Runde. Ach du Scheiße. Oh, ha. Auf Wiedersehen. Na, wie gehtst du? Oder irgendwas. Was sollst du solche Fragen? Ich bin zu einer Armatur der Goldenken. Erinnerst du ihr den Jäbern und den Geister zurückgegebenst? Erinnerst du seine Berufsgeräusche? Und sie sind hinter mir jetzt. Sieht so, dass du eine Hand von deinem Lieblings-Barbarian verwenden kannst. Na gut, du hast du eine riesige Anfeuerung auf alles geschafft. Sieht so, die Drakonkin-Skälte in. Sieht so, während deine Beine sind. Sieht so. Du bist zuerst. Was willst du machen? Ich... ...discharbe sie. Sie sind nicht... Dann nehme ich den Arm von der Drakonkin-Skälte. Und schreie es aus dem Socken. 18? Okay. Du hast jetzt einen Arm von der Drakonkin-Skälte. Was ist weiter? Ich habe sie mit ihnen zu sterben. Du schreierst die Finger in eine Hand. Und sie schreierst du mit ihnen. Schreierst du Arm mit einer Flügel-Skälte, bis kein Drakon kann bleiben. Hey. Ein schönes. Was ist das? Noch nicht zu erinnern. Du beginnst zu hören den Arm von der Drakonkin-Skälte. Das Geräusch wird größer, als sie größer werden. Und... ... das ist das, was ich schreie. Komm schon! Du kannst totalerweise die Schreie runternehmen. Ich habe nur sechs von ihnen. Das waren die Schreie, Chloe. Die Schreie sind viermal so schwer. Oh. Ach so... Hm. Ruhig und leben. Ja. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Du sprichst so schnell wie du kannst, bis du nach einem Fork in der Straße wirst. Ein Weg führt in die Mouth einer tiefen, dunklen cave. Der andere führt dich in eine Dense, Misty Forest. Welchen Weg gehst du? Okay. Zu der Forest, es ist. Let's go. As soon as you enter the shade of the great trees, it becomes eerily silent, and very cold. You notice the stones on the ground are arranged in strange patterns, creating huge designs all over the forest floor. I think I know what this is. I follow the stones. The stones lead you to the center of the forest, where you see a mysterious glowing idol upon a golden pedestal. A forest idol? I could use that to regrow my feet. Help me steal it. Oh, yeah. Now this is my kind of skill challenge. Awesome. Roll for idol theft. Eight. As you approach the idol, you dash your foot against one of the stones and fall face first into the dirt. A bony hand shoots up from the ground right before your eyes. You feel the ground move and jump up just in time for the undead soldier buried there to sit up from his shallow grave. Dirt and pebbles cascade down his fleshless torso. Then the ground beneath you shakes. Bony, rotting hands shoot up from the ground all around as an entire army of undead warriors rises from their graves. You have disrupted the undead forest, an ancient burial ground for fallen soldiers. They surround you now, armed to the teeth, bony faces grinning. Run. Luckily, the undead have a very low running speed. The party flees safely, but the soldiers aren't far behind. As you near the edge of the forest, you hear the familiar boom, boom, boom of heavy footsteps. Out of the shadows and into your path steps dergeron. Oh shit, is that me? You're gonna play? I'mma kick your ass. This is awesome. What do I do? Say something threatening. Uh, you shall not pass. I've heard you sound more threatening when ordering pizza. You got this, Drew. I mean, Dur-Garan. Weak foolish creatures. You were lucky to escape me the last time. But fortune does not shine forever. When I'm done with you, death shall seem a quiet reprieve. You can't us. Word. I wrote that for him. Shut up. Now remember, Dur-Garan is still wearing his bracer of fire immunity and is impervious to all of Elmon's battle spells. Yeah, as it should be. It's your move. So this says I have some special kind of magical frost sword that does some ice slice thing. I'm doing that. Here we go. A 20? Shit. That's good, right? Ah, we're gonna go for it. Eisschlitzer. 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 You pull out your magically frozen blade and then unleash the ice slice to end all other ice slices. Eisslice. Dur-Garan takes 21 damage but is still standing strong. I'll swing my giant ass sword at your head. The elf just manages to duck under your blade, avoiding damage but getting a pretty nasty haircut. You'll pay for that. I feel like rage slam might be good. Bring it. Channeling your immense fury, you try to lift Dur-Garan into the air for a body slam. Badass style. 12. Uh, 16? Dur-Garan's stronger than you think. He reverses your grip and lifts you up, throwing you through the air easily. Ha! Bullshit! You land in an embarrassingly awkward way. Take 5 damage. I take it all back. This game is... dumb. I kick her while she's down. Ugh. Make that 16 damage. Back to you. I call upon Elamond. Help enough out. Hmm. I know. I cast... Clear Voyance. What would you like to see? Dur-Garan's weakness. Hey, what? An image forms in your mind. You see a small, adorable gnome bard singing a sweet song in a city street. Suddenly, Dur-Garan appears standing over him. He snatches up the bard, carries him to the sea, and throws him like a football far into the storm-toss current. Immediately after, he grabs his throwing shoulder in pain. You hurt your shoulder, tossing a gnome into the ocean? I don't know what she's talking about. Didn't you throw that marching band kid in the pool last week? Not that you can prove. I stab at his right side, where he can't bend me off. Come at me! She lunges for you. You try to raise your sword, but pain shoots through your arm like lightning. Her axe gets you right in the ribcage, dropping you to your knees. This one's all yours. Skull bomb! Yes! Wait. Skull bomb? Well, I ignite a very small sun inside my enemy's head. Though his bracer shields him from the heat, the gravitational force of the sun causes Dur-Garan's head to implode until it disappears with a bloody pop. Ha ha ha! Finally! Whew! Man! Finally! That was like two seconds. I barely got to play. Nicely done, Alamon. Uh... If Dur-Garan's dead, I grab his bracer. Oh, yeah! The-the bracelet of fire resistance. Bracer of fire immunity. Whatever! You burst forth into the majestic meadow, horizon to horizon. All you can see is lush, green fields, full of birds, flowers, and dragonkin. What? Instead of chasing you, they circle around to set a trap. And you just walked right into it. As the dragonkin ahead prepare to attack, the army of undead arrive behind you. Ugh. We're surrounded and screwed. Ugh. Come on, Alamon. I'm sure you've got some sweet spell that'll save us. Ugh. I do have searing crystal. Perfect! Searing crystal, these fuckers! You don't get it. This isn't just another battle spell. This crystal is like... Like dropping a nuke. It'll kill everything. Including you and me. Actually, you did grab Dur-Garan's bracer of fire immunity. Whoever wears it would survive. See? Problem solved. But there's only one bracer. Mikey loves his character. I... I can't just let him get Elamon killed. I... I can't just let him get Elamon killed. I should've never started this question. I'm so weak. I'm so weak. Avernon. Yeah. That. See? You can do anything. Wow. You actually remember all of that? But I've never even used this spell before. What if I roll too low? I believe in you. I know you'll roll high. You're the only party member I've ever had who's actually helped me. I can't leave you behind. You're like... The most heroic person I know. You help everyone. It's my turn to save you from something. No. Calamassia. I won't just kill you. Don't be afraid, Elamon. You are destined for great things. No. I won't abandon the best partner I've ever had. Mikey. I cast... Shield of Stars. Oh boy. Fuck. A dome of blinding light surrounds the party. It captures the attention of all surrounding creatures. They immediately charge. This sucks. The shield of stars withstand some of the blows. But wave after wave of attacks weaken it until... Bill. What do you, what do you... The shield, who is called dragonkin and undead warriors, descend upon the party. Wir kämpfen mit Valiant? Oh, ja. Mit Feuer und Säure, du kannst viele von ihnen runter, obwohl es immer mehr gibt, um ihre Platz zu nehmen. Es klingt wie State, im letzten Jahr. Seine Zahlen überraschen dich. Sie hacken dich zu sterben. Eventually, du sterben. Dein Körper ist geblieben. Damn. Mikey... Ich... Ich bin wirklich sorry. Ich habe Elemann gespielt seit... drei Jahren. Er ist wie... ein Freund. Aber du kannst einen neuen Charakter, richtig? Ja. Ich glaube. Dann machen wir diese Sache. Wie starten wir? Wait, wirklich? Du spielst mit mir? Natürlich. Warum nicht? Wir werden nicht die Sch***e denken, dass sie besser als die... 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 Hast du gut gemacht? Eine Situation, die ich erschöne. Als du gesagt hast, dass Damon gebetet hat Rachel, ich durfte denken, ich soll mich nach Mikey schauen, nicht bringen diese Scheiße in seine Leben. Ich denke, dass du uns von etwas so viel schlimmer hast. Danke. Ja, sicher. Danke für mich. Tschüss, Chloe. Schön. Aber natürlich, was mit Rach Ampels passiert, sind wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich sollte sie direkt sehen. Da haben wir noch mal eine Runde gespielt. Mit dem guten Mikey. Fuck hat das lange gedauert. Aber so ist es manchmal. Da stürzt Mann und Schmeichel so eine kleine Sch... Ja, wir gehen noch gleich. In der nächsten Episode. Stürzt man einfach wieder in so ein Brettspiel rein. ... ... ... ... ... ... ...